Ja Hallihallo Hallöchen Leute und willkommen zum Osten richtigen Part von Let's Build in Minecraft Ja ne Farm Dennis Ja ihr habt es schon gesehen ich habe mich beim Let's Build für eine Farm entschieden also ihr könnt ja in der Regel mit voten nur für das erste Projekt was wir hier machen habe ich mich für eine Farm entschieden die wir hier bauen werden und ja dann wollen wir anfangen Och Dennis ey Mann 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 der Junge das muss ja erstmal gebaut werden was wir hier vorhaben also wir bauen eine kleine Form von der Farm habe ich auch schon ja ein bisschen ein kleines Bild wie es aussehen sollte hehehehe Dennis ist ein Depp ein kleines Bild wie es aussehen sollte aussehen kann ja ähm wir haben ja einen ziemlich hohen Bauern erwischt das war mit den ganzen Mist hier komm ich mal ran scheiße so was mir hier und dann Bäume müssen wir wegreißen und ja also natürlich werden auch Prozent Sachen die ich bauen soll äh gewotet das ist ganz klar und ich hab mir gedacht für das allererste Ding was wir hier bauen will ich selbst was haben also mir selbst was aussuchen und ähm das mit der Farm hatte ich ohnehin vor Dennis hat ja schon meine Farm gebaut und ich will jetzt auch nur meine eigene bauen haben wir halt zwei Farben sei es drum und ja so jetzt hab ich erstmal die Bäume hier weggeholzt ja so gefällt mir das eigentlich ganz gut hau mal ab genau ähm jetzt verschaffen wir uns ein bisschen Platz nehmen wir ein bisschen Erde hier vorweg ausradieren nach komm her also Euro eure Reaktion zum Letztbild waren ja sehr gut eigentlich also es gab viele Daumen hoch und es gab auch ähm die allgemeine Zustimmung das wollen wir sehen ein Letztbild auch wenn ihr hier nur sehen werdet wie ich irgendein Haus aufbaue also Letztplay mag ich irgendwie nicht machen oder deshalb mache ich ein Letztbild von Minecraft und meine Taschen sind anscheinend total voll weil ich völlig unvorbereitet in das Letztbild gerannt bin ohne meine Sachen vorher mal eine Truhe zu tun äh wie voll ich bin noch du scheiße ja ich hätte ja jetzt natürlich auch euch das Berghaus zeigen können aber das Berghaus ist jetzt eigentlich fertig habe ich alleine fertig gebaut das Berghaus sollte sowieso nur so ne ja Testphase sein so ein Testlauf wie gefällt es euch denn ich will ja auch mit euch bei Null anfangen wenn ich schon was mache im Letztbild und nicht hier äh schon vorgefertigten Terrain anfangen so 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 es wird noch zu wenig Platz naja müssen alles abtragen wurde so übel ähm Spassmann Truhe oder so ähm ich ja doch ich brauch mit Ruhe Drohne, 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 Ruhe So Und davon am besten zwei Stück Ach kacke, mein Inventar ist ja voll Da geht das ja nicht Ich schmeiß mal eben meine Schaufel weg Na, ein Krieg dafür in Erdklumpen Weg So Und zwei Stück bitte, Dankeschön So, jetzt klatsch ich mir erst mal hier irgendwo drohen, hin Ach hier unter Baum Zack, zack So, jetzt kann ich hier mal mal ganzen Mist hier rein tun Völlig unvorbereitet bin ich losgerannt Also, ach, den Zorn werde ich brauchen Das brauche ich erst mal nicht Kapitztone auch nicht Ich will also alles aufs Holz machen Die Uhr brauche ich auch nicht Eis sowieso nicht Das auch nicht Stone Zorn auch nicht Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen Rosen, die brauchen wir nachher Schauen sie mal, da brauchen wir nicht Die Türen behalte ich mal da Rose Red brauche ich nicht Ach ja, ich habe mir übelst viele fucking Gecheatet Und da sind wir auch schon wieder, wo ich mache Äh, ich werde natürlich cheaten Weil, ähm Wieso sollte ich groß craften? Wie gesagt, ich crafte bei Dennis Oh, ich habe so ein bisschen schwer dabei Bei Dennis in meinem, ähm, Let's Play Glas behalte ich auch mal Und, ja Hab ich hier noch Äh, Farbe würde ich gerade sagen Erde, ne, die Erde lasse ich mal da Die Erde Gibt's dann Na, ich kraft ja schon beim Let's Play Together Und außerdem will ich hier euch eh nur zeigen, wie ich irgendwas aufbaue Und, ja Ich persönlich finde Da muss man jetzt nicht unbedingt Craften Äh, meine eigene Meinung und Naja, also Wenn's euch nicht passt, dass ich hier rumcheate wie der Weltmeister Dann, wie gesagt, dürft ihr es sich nicht angucken Ach ja Aber jetzt crafte ich doch mal Nicht ganz viele Wutten Planks oder Wutten Flanks, wie ich sie gerne nennen, warum auch immer Toll, jetzt mein Schaufel im Arsch Äh, Mann, ey Ähm, Schaufel, Schaufel, Schaufel Ähm, Schaufel Ähm, Schaufel, Schaufel Danke Äh, ja Falls es euch nicht passt, dass ich hier umschiede oder der Weltmeister, dann dann, dürfen wir es euch nicht ansehen Für ich das Video leider nicht ansehen Als Craftner gibt es keine Lust ganz ehrlich, Leute So, zack, 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 zack So, na, komm Weg direkt, weg direkt Ja, du drauf Äh, reicht der Platz es über den Frauen bauen aber vor allem ist es üblich dass man da was anpflanzt es hat sich diese ganzen erbte hier diese ganze erde ja fertig weg Prozent buddeln wie früher und der Sandkiste so natürlich kriegen wir jetzt massig erde das ist ganz gut dass wir uns jetzt die Kacktruhen da angelegt haben weil ja wir werden wir werden viel erde weglegen müssen so der Baum muss jetzt auch weg er muss sie dran glauben bin sehr schön so dann schauen wir mal ob das jetzt reicht soweit wie wir es haben mit der Erde ja die Länge des letzten Bildes weiß ich noch nicht wie lang die paar Zimmer werden sollen werden 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 tun ähm ja ich denke mal 15 Minuten sollten reichen eigentlich ihr schaut mir nur zu wie ich hier was baue mal gucken wie lange ich jetzt aufnehme so ein Baumstumpf weg 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 danke sooo zack 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 das reicht denn das nun und wir sind noch wasser 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 mit es ist unruhig das gefällt mir nicht jung das kann ich nicht so gut gebrauchen wenn es so unterwörtlich ist haben wir noch einen schönen Ausblick in der Bucht warte mal Leute dass wir schon mal gucken ist es deinem Wasserfall nee es ist nicht sah nur so aus nun sieht von weitem aus wie ein Wasserfall von der Natur Aschaffner Wasserfall von der Minecraft Natur Wir brauchen Wotten Penks aber das erste muss ich will ich Erde loswerden Wotendor bla 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 Daimandsmode Setzlinge brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt S Orkno 64 Stück wie 60 Stück nicht 64 S ich bin doch Ach, da war fast ein Seher. Da, Ginger. Sehr schön. Und eine Farm ist für mich ja aus Holz. Deshalb wird das komplette Haus aus Holz. Reicht die Größe? Ich hoffe es doch mal. Hep. Danke. So, zack. Zack, zack. Jetzt haben wir hier wieder angelangt. Sollte groß genug sein, soll nur ein Farmerhaus sein. Jetzt müssen wir mal rüberziehen. Zack. So, das müsste eigentlich reichen von der Größe her. Hm. Huuu. Wasser. Genauer Meer ist unser Farmerhaus. So. Hinten weg müssen wir noch machen. Hinten weg müssen wir noch mal rüberziehen. So. Hinten wir das auch? Zack, 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 zack. Hinten weg müssen wir noch mal rüberziehen. Dann haben wir schon mal einen Grundriss für unser Haus. Ich bin verleitet, sogar jetzt schon gleich einen kleinen Weg zu bauen. Ja, doch, bin ich. Bin ich, bin ich, bin ich. Ähm. Doppeltür will ich haben.